Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Kavalerie von Westen, durchbrecht ihre Flanken! Rückzug! Abrücken! Abrücken! Eis! Das ist eine Folge! Deck die Kanonen auf! Kanonen bereit! Los, meine Damen! Rote Damen! Feuer! 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 Muss ich Sie vor meinen Indiskretionen warnen? Nein, Madame! Und beschäftigt es Sie, wo ich war? Nein, Madame! Wenn du runterguckst, wirst du eine Überraschung sehen. Wenn du die gesehen hast, willst du sie für immer behalten. Wenn dich nicht mehr的lexe sind, kannst du sie für immer behalten. Wenn wir die Ecke haben, kannst du sie für immer behalten. Wenn wir die Ecke haben, können wir sie für immer behalten. Dann kann es Sie für immer behalten. Warum? Vergessen Sie Sie für immer. Hubert! Du warst mit mir. Du warst mit dir, wenn du siehst, wie viel gehört hast. Ich fand die Krone Frankreichs in der Gosse. Ich hob sie auf mit der Spitze meines Schwertes. Und nun setze ich sie auf mein eigenes Haupt. Wer war das? Die waren das. Nein, waren sie nicht. Seien sie vernünftig. Wer hat diese Feuer gelegt? Eure Majestät. Das waren die. Er brennt lieber seine eigene Stadt nieder, als mit mir zu verhandeln. Ich hätte nicht gedacht, dass er die Courage hat. Dann gehen wir jetzt nach St. Petersburg? Dann muss er das auch abfackeln. Ja. 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 Ja.